Schönen guten Abend und willkommen zur Lokalzeit vor Mitternacht. Während der WM-Vorrunde zeigen wir Ihnen ja hier um diese Zeit die spannendsten Geschichten aus ganz NRW, damit Sie nichts Wichtiges aus dem Lokalzeittag verpassen. Wir beginnen heute mit einem furchtbaren Unglück in Essen. Dort ist ein kleiner Junge aus dem Fenster seines Kinderzimmers im dritten Stock gefallen. Dabei hat er sich so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus gestorben ist. So eng wie auf diesem Bild ist es für die Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge häufig in den Städten. 64 Millionen Autos sind in Deutschland zugelassen und es werden immer mehr. Und weil die nicht nur fahren, sondern häufig auch rücksichtslos geparkt werden, verstopfen sie immer mehr unsere Straßen. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge kommen nur mit größter Mühe oder schlimmstenfalls gar nicht mehr durch. Wir haben in Köln den Test gemacht. Es nervt ja kaum irgendwas mehr als ein Mückenstich, der einfach nicht aufhören will zu jucken. Und je mehr man kratzt, desto schlimmer wird es, oder? In letzter Zeit haben viele den Eindruck, dass die Stiche irgendwie noch schlimmer geworden sind. Sie jucken mehr als sonst und die Schwellung ist noch größer. Dafür könnte eine exotische Mückenart verantwortlich sein. Die asiatische Buschmücke breitet sich immer weiter aus, auch bei uns in NRW. Na super. Das sieht wirklich fies aus. Damit sind wir bei den Kurznachrichten. In einem Krankenhaus in Dortmund sind heute Nachmittag Schüsse gefallen. Ein Arzt wurde von einer Kugel getroffen und lebensgefährlich verletzt. Alle 70 Bewohner eines Hochhauses in Bochum müssen in den nächsten Tagen ihre Wohnungen räumen, weil das Haus mitten in der Innenstadt nicht den aktuellen Brandschutzvorschriften entspricht. In Münster steht seit heute ein 50-jähriger Mann wegen Raubmordes vor Gericht. Er soll vor einem halben Jahr einen Rollstuhlfahrer in seiner Wohnung in Beelen in der Nähe von Warendorf getötet haben. Asbest gilt ja als extrem krebserregend und das möchte, glaube ich, keiner gerne in seiner Nähe haben. Die Gefahr durch asbesthaltige Dachplatten oder Fassaden ist schon lange bekannt und trotzdem wird damit häufig viel zu sorglos umgegangen. In Olpe wird gerade die zentrale Flüchtlingsunterkunft renoviert. Auch deren Außenverkleidung besteht aus Asbestplatten. Das ist unbestritten. Aber der Umgang mit diesen gesundheitsgefährdlichen Platten entspricht dort offenbar absolut nicht den Vorschriften. Maori, so heißen die Ureinwohner Neuseelands. Einige Stämme leben dort bis heute und eine kleine Delegation war jetzt zu Besuch in Köln. Die Oberbürgermeisterin hat ihr heute feierlich einen Kopf übergeben, einen tätowierten, mumifizierten Schädel eines verstorbenen Maori-Kriegers. Vor mehr als 100 Jahren waren das begehrte Sammlerstücke. Inzwischen aber geben immer mehr Museen diese Köpfe zurück, damit sie in Neuseeland bestattet werden können. Und die Zeremonie begann heute schon in Köln. Bei uns gibt es ja auch immer wieder jede Menge Platz für gute Nachrichten, so wie diese hier für Geringverdiener. Bundesweit sollen drei Millionen Menschen im nächsten Jahr mehr Geld bekommen. Der gesetzliche Mindestlohn soll um 35 Cent steigen, auf 9,19 Euro die Stunde. Das hat die zuständige Kommission vorgeschlagen. Sie hat sich dabei an den neuen Tarifabschlüssen orientiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hält den Mindestlohn generell für eine gute Sache. Die Maus aus der Sendung mit der Maus ist gerade im All und darf die Schwerelosigkeit erleben. Am 6. Juni hat eine Soyuz-Rakete Astronaut Alexander Gerst aus Köln und die Maus Richtung ISS geschossen. Für die aktuelle Mission Horizons. Mann und Maus im All. Jetzt hat Alexander Gerst die Bilder vom Start gepostet. Für alle, die hier am Boden bleiben, gibt es bald die Fortsetzung der beliebten WDR-Ruppen-Gebietsserie Phönixsee. Die Dreharbeiten dafür finden gerade in Dortmund statt. Auch in der zweiten Staffel geht es um die neureiche Familie Hansmann in ihrer Villa am See und die ehemalige Stahlarbeiterfamilie Neurath. Viel wird natürlich im Studio gedreht, aber das Filmteam kommt auch immer wieder zum Phönixsee. Unsere Reporterin Silke Hempel war diesmal ganz nah mit dabei. Wir sind noch nicht ganz durch für heute. Es läuft mir noch nicht so richtig gut, kann man eigentlich auch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Moment noch sagen. Wir haben diesmal aber ein paar kleine Berater für Jogi Löw organisiert. Die Jungs von einem Fußballverein in Essen wissen nämlich ganz genau, wie die Aufstellung für das entscheidende Vorrundenspiel heute Nachmittag gegen Südkorea aussehen muss, damit es klappt mit dem Einzug ins Achtelfinale. Bitte schön. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich bin selber schon ganz gespannt. Das Wetter zum Spiel wird auf jeden Fall weltmeisterlich hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und auch danach gibt der Sommer wieder so richtig Gas. Hier kommen die Aussichten. Das war es leider auch schon wieder von uns für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da um 23.40 Uhr. Und auch weiterhin freuen wir uns über Ihre Meinung zur Lokalzeit von Mitternacht. Wir sind ja noch in der Testphase sozusagen und deshalb gespannt auf Ihr Feedback. Erzählen Sie es uns unter lokalzeit.wdr.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.